Dieses Video geht an alle YouTuber, Streamer oder generell Content Creator und alle die, die es noch werden wollen. Denn auf dem Weg dahin, ein großer Content Creator zu werden, gibt es einige Fragen, die gar nicht so leicht zu beantworten sind. Welches Equipment brauche ich, um ein Audio bzw. Video aufzunehmen? Welches Gerät brauche ich, um ein Video zu schneiden und mit welcher Software kann ich meine Videos schneiden bzw. einen Livestream machen? Und natürlich auch, woher bekomme ich Videoideen und wie kann ich Connections zu anderen YouTubern und Streamern kriegen? Diese Probleme solltet ihr ab jetzt nicht mehr haben. Denn ich habe einen Discord-Server für alle YouTuber und Streamer. Und der heißt Creator Support, ist der erste Link in der Videobeschreibung und den möchte ich euch heute einfach mal gerne zeigen. Also hier sind wir jetzt auf dem Creators Support Discord-Server und ihr seht erstmal hier oben gibt es den Channel Info. Da habe ich eine kurze Info-Sprachnachricht quasi öffentlich gemacht, in dem ich kurz erkläre, für was dieser Discord-Server hier gut ist. Und ja, im Prinzip ist der Discord-Server halt einfach dafür gut, dass man sich so von Creator zu Creator helfen und austauschen kann. Gerade für kleine Creator gut, die noch Anfängerfragen haben, aber auch für Fortgeschrittene bzw. auch für Leute, die Connections zu anderen YouTubern und Streamern finden wollen gut. Hier gibt es einmal den generellen Channel, da könnt ihr einmal Hallo reinschreiben, wenn ihr neu seid oder eine Begrüßung halt an alle. Und dann drunter gibt es hier auch den Connections-Server, da könnt ihr euch eben connecten. Und beispielsweise könntet ihr hier gemeinsame Streams oder irgendwelche gemeinsamen Projekte oder einfach Kooperationen zusammen mit anderen Streamern ausmachen. Da drunter gibt es hier den Channel mit den Equipment-Fragen, ist jetzt alles noch leer. Der Server hier ist komplett neu, hier sind jetzt auch noch keine Leute drauf, groß. Drunter gibt es dann die YouTube-Anfänger-Fragen, das ist für alle, die noch nie ein YouTube-Video gemacht bzw. veröffentlicht haben. Da drunter gibt es dann die YouTube-Fragen, das sind Fragen, ja, da geht es generell um YouTube-Fragen halt für Fortgeschrittene auch. Drunter die Streaming-Anfänger, Streaming-Anfänger ist eben für alle, die noch nie ein Stream gemacht haben. Und drunter für alle Streaming-Fragen, auch für Leute, die eben schon mal gestreamt haben. Darunter gibt es noch ein paar Voice-Channels, hier wird noch ein oder andere hinzugefügt werden, damit es einfach genug Channels gibt, wenn mehrere Leute auf diesen Server jetzt kommen. Hier könntest du einmal den Channel generell, drunter den Channel Streaming-Talks, das ist für alle, die sich über Streaming-Sachen austauschen. Und drunter eben der Channel YT-Talks bzw. YouTube-Talks. Ja, und das sind eigentlich bis jetzt alle Channel, da kommen noch garantiert welche dazu. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil noch keine Leute drauf sind. Und es würde mich aus diesem Grund auch sehr freuen, wenn ihr einmal auf den ersten Link in der Videobeschreibung klickt. Falls ihr Content-Relater seid oder werden wollt, dann klickt da gerne mal drauf. Auf diesem Server könnt ihr euch wirklich wunderbar mit anderen YouTubern und Streamern austauschen und vernetzen. Ich wollte noch kurz auf die Rollen eingehen, die es auf diesem Server gibt bzw. die ihr bekommen könnt. Es gibt erstmal die Standardrolle, das ist also gar keine Rolle, da habt ihr erstmal so Standardberechtigungen. Ihr könnt schreiben, ihr könnt einzelne Leute pingen, ihr könnt eigentlich alles machen, was ihr so machen müsst. Wenn ihr dann so ein bis zwei Wochen auf dem Server seid und so die ein oder andere Sache geschrieben habt und euch eben gut verhalten habt, dann kriegt ihr die Rolle vertrauenswürdig. Die kriegt man relativ einfach noch und da habt ihr dann ein paar Extra-Rechte, brauche ich jetzt nicht zu genau drauf eingehen. Dann gibt es drüber noch die Rolle des Mods, also Moderators. Die kriegt man natürlich jetzt nicht ganz so einfach. Und drüber noch den Plus-Mod, der hat dann noch ein paar mehr Berechtigungen. Und drunter geht es dann noch für die Leute, die sich nicht so korrekt auf dem Server verhalten, die Rolle eingeschränkt. Die können dann eben nur noch Textnachrichten schreiben und nicht mehr pingen. Und drunter noch die Rolle Mute, das heißt, dass die Person nichts mehr schreiben, nur noch den Text mitlesen kann. Und was mir jetzt noch wichtig zu sagen wäre, ist, dass es auf dem Server keine Eigenwerbung gibt. Weder für mich, also ich sage jetzt nicht auf dem Server jedes Mal, wenn ich live gehe oder so. Das gibt es auf dem Server nicht. Es ist wirklich nur ein Netzwerk für Creator und da mache ich jetzt auch keine Werbung für meine Streams oder Videos. Und ihr dürft natürlich auch keine Eigenwerbung für eure Streams machen. Ihr dürft darüber reden, dass ihr streamt. Ihr dürft darüber reden, dass ihr YouTube-Videos macht. Ihr dürft auch gerne Links reinschicken, wenn es kontextmäßig passt. Wenn mir beispielsweise sagt, wie findet ihr den Ton in dem Video und so, geht das natürlich. Aber ihr dürft nicht eure Streams oder Videos in diesem Server promoten. Dazu ist der Server nicht da. Es geht darum, dass ihr euch austauschen könnt von Creator zu Creator und Fragen beantwortet bekommt oder beantworten könnt. Ansonsten gibt es gar nicht mehr zu sagen. Kommt gerne auf den Server, würde mich sehr freuen. Ihr könnt den Kanal hier abonnieren. Und hier gibt es noch zwei andere spannende Videos. Das war es mit diesem Video. Wir sehen uns wieder auf dem Server. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss.